Der Staat als Führungskraft, ja, ich glaube auch, dass wir da noch die eine oder andere Folge drüber machen sollten, weil das einfach ein Riesenthema ist. Und ich glaube, es geht so viel über das Thema Mindset. Also man kann natürlich viel lernen und man kann viel Fachliches mitbringen und dieses und jenes. Aber ich glaube, ganz viel, was dir Erfolg ermöglicht, liegt darin, ob du für dich diese Reflexion klar bekommst, ob dir für dich klar ist, wie du gerade wirkst und wie dadurch dein Wirken ist, ob du deine, wir sagen immer, choose your battles, beziehungsweise sagen nicht wir, das sagt Jocko. Und damit hat er auch vorkommen, du kannst dich nicht in Kleinkrieg verzetteln, du kannst dich aber auch nicht in Maßnahmen verzetteln, die vielleicht wenig bis null Wirkung haben, aber vielleicht allen auf die Nerven gehen zum Beispiel. Das ist ein Punkt, weil ich meine, du löst ja immer Irritation aus, wenn du neue Maßnahmen setzt, löst das Irritation aus. Das ist klar, weil bisher ist es so gewesen und jetzt wird es anders so. Also sich das zu überlegen, wo sage ich einfach, hey, das läuft gut, auch das sagt Jocko oft genug. Und wenn er dann sagt, du überlegst dir einen Plan und sofern der Plan das Ziel halbwegs erreicht, ja bitte, viel Spaß damit. Du nicht, auch wenn du selber einen anderen Plan hast oder einen vielleicht besseren oder vielleicht im Zweifel sogar eh schlechteren Plan, du nicht einfach den Leuten deinen Plan aufzwingen. Nur weil du das in deinem Ego nicht gebacken kriegst, dass es jetzt ein bisschen anders läuft und das Ziel vermutlich eh genau gleich erreicht wird. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt im Ego-Management. Vielleicht sollte man da irgendwie so ein Wort drum herum kreieren. Also wie sehr hast du dein Ego einfach Tag ein, Tag aus im Griff? Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Aspekt von Führung, an dem sich alle aufhängen, wenn es dort nicht klappt, auf dieser Ecke. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020